Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Intim, dem Sex-Podcast von ICE.de. Und ich sitze hier wie immer mit dem lieben Ben. Hallo Ben. Hallo liebe Nadine. Genau, und wir haben uns gedacht, wir haben ja in den letzten Folgen immer viel über Sex zu zweit gesprochen. Und deswegen sprechen wir heute mal über Sex zu dritt. Richtig Ben? Richtig, kann ja nicht so schwer sein, ist ja nur ein Mensch mehr. Und ja, ich bin ja auch ein Mensch. Wir wollten mal so gucken, was da so passiert, wie sich das so anfühlt, wie das so bei uns passiert ist, wie unsere ersten Erfahrungen damit sind, wie wir das heute so sehen. Genau, also eigentlich sprechen wir erstmal wieder über uns, recht im Team. Ich denke, das ist ein guter Anfang. Wir liegen ja auch wieder hier unter unserer Kuscheldecke. Und ich denke, da können wir direkt einsteigen und anfangen. Ich frage dich einfach mal direkt, wie war denn dein erstes Mal zu dritt? Ja, das war tatsächlich ein sehr direkter Einstieg. Okay, mein erstes Mal zu dritt. Lass mich überlegen. Das war mit einem Pärchen. Und sie hatte damals noch keine Erfahrung mit Frauen gehabt. Und deswegen hatte ich mich mit ihr tatsächlich vorher einmal alleine getroffen. Und danach hatte sie mich dann quasi eingeladen, dass ich sie und ihren Freund besuche, ihren damaligen Freund. Und dann hatten wir da tatsächlich, für uns alle war das im Endeffekt der erste Dreier. Genau, also für die beiden als Paar, für mich, für mich allein auch. Und für sie war es dann zusätzlich quasi auch der Beginn, dass sie angefangen hat, mit Frauen ihre ersten Erfahrungen zu machen. Nochmal kurz, war die Idee eigentlich, dass ihr zwei was miteinander habt und das mit ihm war dann nur weitergedacht? Oder war eigentlich schon die Idee von Anfang an, hey, wir werden einen Dreier haben? Nee, die Idee war von Anfang an, dass wir einen Dreier miteinander haben werden. Aber dadurch, dass sie halt noch nie vorher was mit einer Frau hatte, hatte sie sich erstmal mit mir allein treffen wollen, um überhaupt zu gucken, spüre ich da irgendwie eine sexuelle Anziehung? Oder ja, besteht überhaupt das Interesse, so diese Grenze zusätzlich noch zu überschreiten und auch mit einer Frau was zu haben? Das war quasi so ein Beschnuppern vorher. Und wie habt ihr euch kennengelernt? Also wie kam das? Wir haben uns über eine Dating-App kennengelernt tatsächlich. Also ich hatte sie gematcht, aber sie hatte auch schon direkt in ihrer Biografie quasi stehen, dass sie für sich und ihren Freund wen Drittes sucht und aber auch gleichzeitig geschrieben, dass sie selber noch keine Erfahrungen hat. Und wie war das für dich, als du das gelesen hast? Also fandst du das direkt spannend? Ganz einfach, ja. Ich war halt auch auf der Suche irgendwie nach, was heißt auf der Suche nach einem Dreier? Also ich habe mir gedacht, wenn sich das ergibt, das wäre auf jeden Fall mal sehr schön. Und ich fand ihren Text halt sehr ehrlich, also dass sie einfach direkt auch reingeschrieben hat von Anfang an hier. Ich habe da noch keine Erfahrung, hätte aber Lust, das mal auszuprobieren mit meinem Freund zusammen. Und wir sind auf der Suche nach einer, ja, bisexuellen Frau. War das so ein Ding, was du auch mal abgearbeitet haben wolltest? Ja, was heißt abgearbeitet? Das klingt immer so wie einmal hinter sich bringen und dann kann man Haken hintersetzen. Nee, ich fand tatsächlich einfach die Vorstellung Dreier immer schon sehr, sehr anziehend und sehr geil. Und dann dachte ich mir halt so, hey, das wäre doch cool, wenn sich das jetzt mal irgendwie ergibt. Und deswegen war ich dann einfach, ja, wirklich auch auf der Suche danach. War die Vorstellung, ich frage dich jetzt vor vier, weil ich das total spannend finde. Aber war die Vorstellung eines Dreiers immer so bei dir primär Mann und Frau? Also oder eigentlich zwei Männer? Oder zwei Frauen? Also ich noch keinen hatte, war einfach erst mal das Ding, ich will überhaupt gerne erst mal einen haben. Egal wie. Egal wie. Genau richtig, egal in welcher Konstellation. Also gut, wahrscheinlich, nee, wenn man mich so gefragt hätte, hätte ich damals immer als erstes gesagt, ja gerne mit zwei Männern. Aber dann im Endeffekt, ja, hatte ich eigentlich bis heute immer nur Dreier mit einem anderen Mann und einer anderen Frau. Also, ja, es ist immer irgendwie, es ist einfacher hinzukriegen, glaube ich. Ah ja, das ist spannend. Und wie war es dann? Jetzt erzähl mal. Wie ist dann dann, wie hat sich das angefühlt? Wie war das? Als ihr dann da zu dritt? Und der Mann, der hatte ich vorher nicht kennengelernt, der musste dann, der hat sich gedacht, das passt schon, ne? Ja, der hat halt seiner Freundin da vertraut, weil für ihn halt auch irgendwie klar war, gut, sie wird das erste Mal was mit einer Frau haben. Deswegen soll sie halt auch primär sozusagen die Spielgefährtin aussuchen oder Einfluss darauf haben, weil das ja, ich weiß noch, dass wir auf jeden Fall alle ein bisschen aufgeregt waren. Die beiden aber noch mehr als ich, was wahrscheinlich daran lag, weil die beiden einfach zusammen waren und da wahrscheinlich noch andere Ängste im Vordergrund standen. Definitiv. Da kannst du ja wahrscheinlich gleich noch mehr drüber erzählen, wie das so aus Paarsicht ist, wen drittes dazu zu holen und was da für Ängste im Vordergrund stehen. Ich beziehe mich jetzt einfach mal allein auf meine Perspektive und für mich war das halt eher so dieses Ding, ich hatte eher Angst, was falsch zu machen. So nach dem Motto, okay, wie wird das denn für sie sein, wenn ich dann auch mit ihrem Freund zum Beispiel, also wenn ich dann mit ihm schlafe, so wie wird sie darauf reagieren? Wird sie vielleicht doch irgendwie eifersüchtig sein? Vielleicht passt dir das ja nicht? Und dass ich mich dann einfach kurz gefragt habe, ja, was kann ich halt quasi falsch machen? Ja, deswegen hatte ich mich wahrscheinlich auch unter anderem aus diesem Grund mit ihr vorher einmal alleine getroffen. Und da hatte ich sie halt auch direkt gefragt, ey, gibt es irgendwas, wo du irgendwie Angst vor hast oder was für dich ein absolutes No-Go ist? Und sie war aber eigentlich sehr entspannt, weil sie sagte halt direkt, nee, wenn ich diese Erfahrung machen möchte, dann möchte ich die auch voll und ganz machen. Das heißt, ich möchte auch sehen, wie er mit dir schläft, also quasi wie du was mit meinem Freund hast. Und deswegen gab es da jetzt keine Regeln oder ähnliches. Also nicht sowas nach dem Motto, ja, hey, ihr dürft miteinander rummachen und dann gebe ich das Go. Aber du darfst nicht, er darf nicht in dich eindringen oder sowas in der Art. Das gab es alles nicht, also es war alles erlaubt. Genau, nee, nee, das war alles erlaubt. Und ja, die hat mich dann, wie gesagt, zu sich eingeladen, waren wir bei ihm in der Wohnung und haben dann irgendwie erst ein bisschen gequatscht, Wein getrunken. Smalltalk. Und nee, es war einfach echt ein ganz cooles Pärchen. Wir hatten auch ähnliche Interessen. Irgendwie, ja, drei Freunde, die sich irgendwie treffen und über ihren letzten Urlaub reden. Und dann halt Sex miteinander haben. Genau, dann halt Sex miteinander haben, so wie das halt passiert. Nee, ich meine, wie gesagt, da gibt es halt immer noch so den Katalysator Alkohol auf jeden Fall. Das darf man auch nicht vergessen. Das hat bestimmt auch eine Rolle gespielt. Nee, aber im Endeffekt war es dann so, dass ich mich ganz schnell auch in der Rolle wieder gefunden habe, dass ich versucht habe, das Ganze auch so ein bisschen zu moderieren, weil ich schon bei den beiden gemerkt habe, die wussten irgendwie nicht so ganz okay, wie starten wir jetzt. Und du ja auch nicht eigentlich, ne? Ich eigentlich auch nicht, nur ich hatte halt meiner Meinung nach am wenigsten zu verlieren, ne? Und deswegen habe ich dann da so ein bisschen das Zepter quasi in die Hand genommen. Das Zepter, okay, Entschuldigung, das war echt vielleicht da drauf. Nee, und dann hat man dann einfach irgendwann angefangen, mit ihr rumzumachen und er hat das halt erst so ein bisschen von außen beobachtet und ist dann aber auch recht schnell mit eingestiegen. Also, dass er dann halt, ja, sich erstmal auf sie konzentriert hat und als man dann irgendwie gemerkt hat, so sie fühlt sich quasi so in der Mitte von uns beiden sehr sicher, dann, ja, genau, haben wir halt dann im Endeffekt, also ihr Freund und ich dann auch was miteinander gehabt. Und dann war das so ein, dann hat sie das gepasst, dann hat sie, dann hatte man sich eingespielt. Ja, also, nicht falsch verstehen, mit Moderatorin meine ich auch gerade nicht Lehrerin, also, das meine ich damit nicht, sondern Moderatorin eher im Sinne von, ich habe halt gespürt, dass die beiden noch so ein bisschen unsicher waren, wie gesagt, wer soll jetzt irgendwie starten und ich habe dann halt einfach so, ja, so das Schweigen mit Reden gefüllt. Es ist halt auch, es ist halt auch total untypisch, ne, weil wir das ja, also viele Menschen, denke ich, zuerst aus unserer Zweiersexualität lernen und da ist halt nur ein Mensch, mit dem ich irgendwie interagieren und kommunizieren muss und auf einmal ist da jetzt noch ein Dritter. Und wo soll der jetzt auf einmal hin eigentlich, ne, weil wir kennen es ja möglicherweise jahrelang nur zu zweit und da muss man, glaube ich, ist das interessant oder schwierig und auch für jeden, der dabei ist, irgendwie erstmal eine Überwindung oder eine Frage, was mache ich jetzt, was ist jetzt eigentlich mein Part in dieser ganzen Geschichte hier, was soll ich machen? Hier, aus deiner Perspektive, wenn du, du warst jetzt zum Beispiel bei deiner Erfahrung der Mann, der dann neben den beiden Frauen saß. Ich war der Mann, das waren auch zwei Frauen, du hast recht, ja. Ja, das war auch ganz spannend. Meine Geschichte unterscheidet sich auch voll von deiner. Ich finde das eh allgemein interessant aus dem Kontext, hey, wir verabreden uns auf einen Dreier. Das ist ja, ich glaube, möglicherweise, ich weiß nicht, wie das bei euch da draußen ist, aber häufiger der Fall, dass man sagt, hey, lass mal einen Dreier haben und das ist dann so eine Verabredung, so ein Date. Das ist, glaube ich, mal ein ganz anderes Gefühl oder eine ganz andere Erwartungshaltung und mit ganz anderen Ängsten behaftet und ganz anderen Gefühlen und Emotionen. Und das hatten wir auch vorhin im Vorhinein schon vor der Folge mal so ein bisschen gesagt. Es gibt ja zigtausend Konstellationen, wie man Dreier haben kann. Du als Single mit einem Paar, du als Single mit zwei Freundinnen oder mit zwei Männern, die man irgendwie getroffen hat oder die schon Freunde sind oder was weiß ich, was es da alles gibt. Und bei mir war es so, wow, wenn ich daran denke, kriege ich Gänsehaut, weil es eines der schönsten Erlebnisse und die schönste Erfahrung, eine der schönsten sexuellen Erfahrungen, sogar mehr, nicht nur sexuell, sondern pure Emotion, pures Gefühl war. Also es war so pure Liebe, sage ich immer, wenn ich davon rede, weil das beschreibt es eigentlich, also mit diesem einen Wort, was halt unbeschreiblich ist eigentlich. Und ja, wir waren feiern, das war auch so, das war so einer dieser Tage, weißt du, wo du eigentlich keinen Bock auf irgendwas hast und dann sagst du, ja, okay, na gut, komm, machen wir, gehen wir halt feiern, okay. So, und dann waren wir im Club und das war richtig cool und dann war da auf einmal eine junge Frau. Und meine Freundin und ich, da haben schon so irgendwie, uns ist die beide ins Auge gefallen, also unabhängig von, nicht so im Sinne von, guck mal Schatz, da ist ein heißes Mädel, wie findest denn die? Sondern da war schon ein Vibe zwischen den beiden Mädels und ich habe sie halt schon gesehen und dachte mir so, die ist, die ist schön. Also die ist wahnsinnig attraktiv, die schreit irgendwas aus, was ich wahnsinnig anziehend finde. Und ja, irgendwann haben wir gesagt, ich weiß auch nicht, dann habe ich gesagt, komm Schatz, geh doch damit hin, ich traue mich nicht. Und dann war es im Endeffekt so, ich handele das jetzt mal kurz ab, dass die angefangen haben, miteinander rumzuknuschen und ich dachte mir, okay, wow. Und dann haben die ein bisschen gesprochen und meine Freundin wollte eigentlich, dass sie mit mir auch knutscht und sie ist aber lesbisch gewesen. Und sie hatte noch keine, also außer das, was man mal früher hatte, so mal ausprobiert, mit einem Mann was zu haben, eigentlich keine großen Erfahrungen und da hätte es auch nicht das Rieseninteresse. Aber irgendwie kam es dann dazu, dass wir dann auch miteinander rumgeknutscht haben und das ganz angenehm war für sie, anscheinend. Und dann haben wir uns die Frage gestellt, ja, was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt mit der Frau? Wir finden die irgendwie beide toll und das hat irgendwie gefunkt und das war echt cool und schön. Und dann haben wir gesagt, naja, es ist schön, lass es uns weiterführen, lass es uns einfach tun. Lass sie uns fragen, ob sie mitkommt zu uns nach Hause. Und dann ist sie mitgekommen und für sie war das auch das erste Mal und für uns war das auch das erste Mal als Paar. Und ja, dann waren wir zu Hause, dann haben wir irgendwie alle noch geduscht, weil wir ja ein bisschen verklebt und verschwitzt waren vom Feiern. Und ohne Alkohol. Und ja, ich habe dann geduscht und die zwei Mädels lagen schon im Bett und haben rumgemacht miteinander und haben sich schon ausgezogen. Und sich berührt und angefasst und dann habe ich da einfach mitgemacht. Also erst mal habe ich mir das angeguckt und war auch total überfordert. Ich wusste gar nicht, was machen wir jetzt? Soll ich die jetzt da stören oder wo kann ich denn jetzt andocken? An welcher Stelle des Körpers? Oder wie bringe ich mich da jetzt rein? Das war erst mal, ich stand erst mal da und war erst mal ein bisschen, okay, hilflos sozusagen. Und dann hat sich das aber, das hat sich dann aber wahnsinnig gefügt. Das war dann einfach so, wir waren so wie eine homogene Masse, wir waren so eins. Und das hat sich stundenlang, also ich habe keine Ahnung wie lang es ging, ich übertreibe jetzt ein bisschen. Aber es ging ein bisschen und man hat es einfach nur gespürt. Man hat einfach nur gefühlt, das passt, das harmoniert alles, hier muss keiner was sagen, es ging alles ohne Worte. Wir haben einfach gefühlt, dass wir uns da, und es war auch kein Ficken. Weißt du, ich glaube, viele haben immer, oder es gibt auch Dreierkonstellationen, oder ich denke mir auch mal, boah, geil, Ficken, irgendwie zwei Frauen ficken. So, jetzt habe ich dreimal Ficken gesagt. Aber weißt du, das ist dann dieses einfach dieses, und das war pure Liebe. Ich wollte gerade sagen, das ist ganz spannend, weil bei mir war es zum Beispiel, es ging immer nur um Lust. Ich würde keine meiner Dreiererfahrungen irgendwie als pure Liebe oder so bezeichnen. Aber was man dir dazu sagen muss, eure Konstellation ist ja auch dahingehend eigentlich sehr interessant gewesen. Ich meine, dadurch, dass sie lesbisch war, konnte ja quasi, jetzt mal ganz blöd gesagt, bei deiner Freundin nicht groß irgendwas an Eifersuchtsgefühlen aufkommen, weil die wäre ja eh nicht primär an dir interessiert gewesen. Und zum Beispiel die Dreierkonstellation, die ich hatte, das war auch ausschließlich immer mit anderen Pärchen. Also ich war quasi immer die Dritte. Da gab es dann halt schon eher diesen Gedanken im Vorhinein, gerade auf meiner Seite. So, Gott, kann ich irgendwie was falsch machen? Kann ich da irgendwie einen Zwist zwischen die beiden bringen? Und gut, das war im Endeffekt zum Glück nie der Fall. Also das Feedback habe ich tatsächlich nur ein einziges Mal gekriegt. So, aber auch mit einem Pärchen, das ich ja öfters getroffen hatte, dass sie mir dann ein paar Wochen später mal, haben wir irgendwie getextet, und dann hatte sie halt gesagt so, hey, ich weiß nicht, ob wir dich nochmal zusammentreffen wollen, weil beim letzten Mal habe ich irgendwie gespürt, dass da auf einmal eine Nähe zwischen dir und meinem Freund entstanden ist, die wahrscheinlich eine logische Schlussfolgerung ist, wenn man sich öfters sieht. Das passiert halt, das ist halt menschlich. Und ich finde das auch immer, dass wir uns da in diese Verantwortung stellen und sagen, hey, da dürfen keine Gefühle entstehen. Hey, das passiert, Leute, da draußen. Ja, das kann passieren. Also es kann, und das ist halt menschlich, genau. Ja, eben. Und genau, aber da bestand ja zum Beispiel dann diese Gefahr auf einmal. Und ich meine, gut, wir haben halt offen drüber geredet, beziehungsweise sie hat es mir einfach ganz offen danach gesagt. Und ja, wird sich jetzt zeigen, ob wir uns in der Zukunft nochmal zu dritt sehen oder nicht. Nur ich habe mich da dann eh halt direkt rausgenommen, weil für mich von vornherein klar war so, hey, mir geht es halt so um diesen Lustgewinn im Endeffekt mit euch. So, ich will eure Beziehung nicht crashen, ich will da nicht irgendwie jemandem ein schlechtes Gefühl oder ähnliches vermitteln. Aber ja, deswegen, das fand ich einfach gerade ganz spannend, als du direkt sagtest, die war halt lesbisch, weil dadurch gab es halt dieses Problem bei euch wahrscheinlich nicht. Und also du hattest gesagt, du hattest die Dreier, die du hattest, waren jetzt immer mit Paaren. Immer, ja, interessanterweise schon. Die waren auch immer geplant sozusagen? Oder hattest du auch mal sowas Spontanes, was ich jetzt mehr oder weniger beschrieben habe? Also, dass sowas einfach mal passiert ist aus irgendeiner Jux und Tollerei. Boah, lass mich überlegen. Einmal ist es tatsächlich einfach so passiert. Stimmt, und die beiden, die waren noch nicht feste zusammen, die waren gerade auf dem Weg dahin. Aber ja, das hatte sich dann nach dem Dreier irgendwie erledigt. Die waren dann doch irgendwie nicht mehr zusammen. Okay, das kann halt auch passieren. Ja, eben, kann halt auch passieren. Wie ist denn jetzt so deine, jetzt hattest du das erste Mal diesen Dreier und hast jetzt auch schon öfter einen gehabt. Ja. Wie ist denn jetzt so dein Gedanke dahin? Warum hast du das gerne? Oder hast du das überhaupt gerne? Oder passiert das einfach? Oder findest du das, ist das spannender als Sex zu zweit? Also, es ist was anderes. Ich würde das beides schon mal gar nicht miteinander vergleichen, weil das einfach eine ganz unterschiedliche Ausgangssituation ist. Und beides seine Vor- und Nachteile hat. Ich meine, bei Sex zu zweit, da kann ich mich doppelt so krass auf mein Gegenüber einlassen, weil es einfach nur eine Person ist. Und beim Dreier musst du halt deine Aufmerksamkeit immer auf eine gewisse Art und Weise splitten, was natürlich irgendwo überfordernder sein kann, aber auch im nächsten Moment natürlich doppelt so viel Lust bedeuten kann. Nö, ich mag es, ich mag es super gerne. Es ist jetzt nichts, was ich irgendwie regelmäßig habe oder haben muss, weil dafür ist dann auch teilweise so ein bisschen der, so blödes klingt, aber organisatorische Aufwand im Vorhinein zu groß. Weil, ja, die Dreier, die halt geplant waren, das ist dann meistens immer, ja, eigentlich ist es meistens über Dating-Apps entstanden, dass ich irgendwie Mädels gematcht habe und die mir dann halt irgendwie erzählt haben, hey, ich bin in einer offenen Beziehung oder monogamen Beziehung, wie auch immer. Und mein Partner und ich, wir hätten irgendwie mal Lust, noch wen Drittes dazu zu holen und hättest du nicht irgendwie Bock drauf. Also, es ist interessanterweise echt, ja, in 95 Prozent der Fälle über Dating-Apps passiert und, ja, das andere Mal hat es sich dann einfach so ergeben. Ja, Ben, aber wie ist das denn, wie ist das denn bei dir? Haben du und deine Freundin das nochmal irgendwie geplant, einen Dreier zu haben oder ist es bei dem einen Mal geblieben? Ich meine, ihr lebt ja in einer offenen Beziehung, richtig? Das heißt, jeder kann eigentlich auch sein eigenes Ding machen. Auf jeden Fall. Also, sie hatte jetzt auch schon mehrere Dreier. In letzter Zeit sogar kam das Schlag auf Schlag. Erschüttelte dich ab. Ja, es ist, es ist noch etwas, damit muss man umgehen lernen. Ich freue mich immer für sie, weil das erste Mal war dann so mit zwei Männern. Ich freue mich auch für sie, das stelle ich mir ziemlich geil vor. Ja, könnt euch da ja mal austauschen. Und das war auf jeden Fall, ja, interessant. Und deswegen, wir haben jetzt in letzter Zeit immer nach einem Mann geguckt. Und das ist aber eine wahnsinnige Herausforderung für mich. Wir haben uns dann auch mit jemandem getroffen und haben so geredet und geguckt, ob das funktionieren könnte. Und ich konnte mir das eigentlich auch vorstellen, weil er ganz sympathisch war. Aber es ist dann, ich habe diesen Moment ganz selten, dass ich sage oder zu Hause sitze und sage, hey, okay, jetzt lass uns den treffen, weil ich bin gerade irgendwie horny, ich will gerade einen Dreier haben. Das passiert mir wahnsinnig selten und das kam halt nicht dazu. Im Kontext mit einem anderen Mann? Im Kontext auch bei einer Frau, ja. Obwohl wir uns jetzt nicht so auf Frauen eingeschossen haben, aber in beiden nicht, kurioserweise. Weil da sind schon noch viele Ängste, muss ich sagen, die da hochkommen oder Dinge, über die ich mir Gedanken mache. Was für Ängste denn zum Beispiel? Penisgrößen. Unter anderem, das ist kurios, aber es ist was. So, wie sieht der andere aus? Wie performt der? Gar nicht so, ist der besser oder schlechter, weil das gibt es für mich nicht. Aber so im Sinne von, wie behandelt der meine Freundin? Das ist mir auch wahnsinnig wichtig. Ja gut, aber wenn du quasi mit dabei bist, dann hast du ja direkt einen Einfluss da drauf. Dann könntest du ja quasi auch direkt sagen, so ey, so nicht, pack die mal so nicht an. Genau, aber was macht das mit der Stimmung? Was macht das mit der ganzen Umgebung, wenn ich erst sagen muss, sorry, aber so handhabt man das ja nicht. Oder so möchte ich das nicht. Oder das ist nicht der Weg, den wir gehen lassen. Ja, aber meinst du nicht, dass der Mann, der dazukommt, eher ein bisschen schüchterner und reservierter wäre? Also dass der quasi eher... Ja, das wünsche ich mir und hoffe ich mir. Und ich glaube, die Menschen, die wir da für uns so rausgesucht haben, die sind auch so. Aber das ist halt nicht das, was rational passiert in meinem Kopf. Sondern das, was... Okay, also es ist schon Konkurrenz, du würdest, den du auch verspürst. Ja, auf jeden Fall. Es ist einfach immer noch vorhanden. Das merke ich auch. Das ist, ja, definitiv da. Und wenn das mit Frauen geschehen würde, dann ist das natürlich ein ganz anderer. Also dann ist da kein Druck. Dann ist da eher der Druck, dass ich da zwei Frauen habe, die ich jetzt, ich setze das mal in Anführungszeichen, befriedigen muss. Oder möchte. Dass das doppelte Arbeit ist. Also Performance-Druck. Performance-Druck. Aber vielleicht auch die Angst, dass deine Freundin, dass da irgendwas nicht passen könnte, was du mit der anderen machst. Hast du die Angst auch oder fühlst du dich da komplett frei? Das hat er sie. Also aus Gesprächen weiß ich, dass sie da eher die Angst hat im Sinne von, was mache ich mit der anderen Frau, wie gehe ich mit der um? Und sie das dann sieht. Sie sagt zwar immer, boah, ich würde euch da gerne zugucken und das gerne sehen. Aber sie hat auch im gleichen Atemzug die Angst, vielleicht nimmt er sie anders, vielleicht sieht sie da was in mir, was sie bei ihr nicht sieht. Im Sinne von irgendwelchen Temperament oder irgendwelchen Gefühlen oder irgendeine Leidenschaft, die ich da ausdrücke oder zutage bringe, die ich bei ihr nicht habe. Das ist eher so ihre Sorge. Ja, bei den Männern ist es halt wirklich, da ist halt einfach noch ein anderer Mann. Das ist so die Challenge. Und eben, ich finde dieses, um nochmal darauf zurückzukommen, ich finde dieses Abgesprochene, das ist einfach nochmal so eine Umgebung, die hat so eine Grundanspannung. Ich weiß nicht, wie das bei euch, ob das bei euch immer super locker war und ihr habt euch getroffen und gesagt, ja, wir wissen, wir haben später Sex miteinander. Und das war so locker und easy, aber das kann ich mir noch nicht so vorstellen. Ja, das ist interessanterweise, die ersten Male habe ich das auch so empfunden. Also, dass ich dann schon im Endeffekt da gesessen habe auf der Couch bei dem Pärchen oder die bei mir. Und dann war kurz echt so dieses, ey, was machen wir hier eigentlich? Das ist schon so gefühlt, alle wissen, worum es geht, aber keiner traut sich irgendwie den Anfang zu machen. Und das dadurch hat irgendwie, ja, so ein krasser Druck, wie du gerade schon sagtest, irgendwie vorgeherrscht. Aber mittlerweile, ja, so dumm es klingt anscheinend, hilft auch ein bisschen die Routine. Habe ich echt gemerkt, es ist einfach, einfach ansprechen. Also, wenn ich irgendwie dann, zum Beispiel, als ich das letzte Mal ein Dreier hatte, das war in Berlin, da wurde ich von einem Pärchen eingeladen. Und sie kannte ich bereits, sie hatte ich auch vorher alleine getroffen. Und dann war ich bei den beiden und er war irgendwie recht angespannt und sie war schon ein bisschen lockerer, weil sie mich halt kannte. Und hat dann aber auch irgendwann so einen Spruch gebracht von wegen, hm, das ist ja irgendwie gerade ein bisschen weird, ne. Und dann habe ich einfach angefangen zu lachen und meinte so, ey, Leute, ja, ganz ehrlich, das ist super weird gerade. Aber wenn wir uns auch dessen alle bewusst sind, dann lasst uns doch drüber lachen. So, wir haben jetzt einfach eine geile Zeit miteinander. Und dann ist bei den beiden irgendwie, vor allem bei ihm auch in dem Moment, so die Anspannung abgefallen, wenn man richtig gemerkt hat, er hat sich nur nicht getraut auszusprechen, dass diese Spannung in der Luft ist, aber hat sie eigentlich kaum ausgehalten. Und dadurch, dass wir das dann einfach so, ja, so witzig angesprochen haben, war das dann irgendwie, ja, dann war die Spannung irgendwie weg und im Endeffekt hatten wir dann Spaß, ja. Als du diese Dreier hattest, war das dann irgendwie so, war das gleichberechtigt? Hat man sich da... Ganz, ganz unterschiedlich, völlig situationsbedingt. Also es gab Dreier, wo sich hinterher herausgestellt hat, dass es eine Fantasie der Frau war, einfach mal zuzugucken, wie ihr Freund mit einer anderen schläft. Und deswegen ging es da dann wirklich eher ganz klar um ihn und mich und sie hat zugeschaut. Dann hatte ich auch Dreier, wo die Frauen eher am Anfang ein bisschen unsicherer waren, weil sie halt ja die gleichen Ängste hatten, wie du eben von deiner Freundin geschildert hast, dass sie vielleicht Eifersucht verspüren könnten, wenn ich mit ihrem Freund schlafe. Da ging es dann dementsprechend mehr um sie. Also dass ihr Freund als auch ich mich auf sie konzentriert hat, damit sie gar nicht erst dieses Gefühl gekriegt hat, oh Gott, die beiden konzentrieren sich gerade zu sehr aufeinander. Dann hatte ich auch einmal einen Dreier, da ging es irgendwie um ihn in erster Linie. Einfach weil, ja keine Ahnung, sie und ich Bock hatten, ihn irgendwie zu verwöhnen. Heaven. In ihrem kleinen Kopf. Genau, also deswegen, das ist echt völlig situationsbedingt. Und auch was die Anspannung irgendwie betrifft. So bei dem einen Dreier war die größer im Vorhinein, bei dem anderen war sie irgendwie geringer. Ich habe auch mal Pärchen getroffen, die hatten auch bereits schon Dreier mit anderen Frauen vorher. Und da gab es diese Anspannung vorher einfach nicht. Weil da saßen wir dann halt da zu dritt und haben irgendwie einen schönen, entspannten Abend eingeläutet. Aber dadurch, dass wir alle einfach diese Erfahrung schon gemacht hatten, war da jetzt nicht irgendwie so eine krasse Anspannung im Vorhinein vorhanden. Also auch das, das ist alles immer völlig situationsabhängig. Ja, also ich würde nochmal ganz kurz sagen, dass es in jeder Konstellation, glaube ich, gewisse Herausforderungen gibt. Oder dass es einfach immer anders ist, egal, um was es hier geht, um welche Dreierkonstellationen. Und das ist auch das Schöne vielleicht daran. Und bei mir genau, wenn ich es mir jetzt mit zwei Frauen vorstelle, ist, wie du schon gesagt hast, boah, da ist erstmal dieser Druck einfach da, dieser Erwartungsdruck im Sinne von, okay, ich muss jetzt zwei Menschen befriedigen. Sonst, bei meiner Freundin weiß ich ja zum Beispiel, also wenn ich jetzt mit meiner Freundin sein sollte, weiß ich ja auch, wie das geht. Bei der anderen Person weiß ich das nicht. Ich weiß noch gar nicht, auf was die steht. Ich weiß noch gar nicht, wie die drauf ist, wie ich die nehmen darf, wie ich mit der agieren darf. Und das setzt schon viel, viel im Kopf ein. Und ich glaube, da muss man nochmal zurückgehen. Oder ich weiß, wie ich diese Erfahrung gemacht habe bei meinem Dreier. Das war alles nicht vorhanden. All diese Gedanken, mein Kopf war leer. Der war leergefegt, da war nur Liebe. Da war wirklich nur, das war so krass und da hast du dir keine Gedanken gemacht. Und deswegen stelle ich mir halt das wahnsinnig schwer vor, wenn ich so einen geplanten Dreier habe, weil da eben so viel Kopfkino von Anfang an passiert. Weil du jetzt weißt, du sitzt jetzt da mit diesem Pärchen oder mit diesen Menschen, zwei anderen plus mir, also drei. Und dann weißt du, okay, wir haben jetzt eigentlich, oder wir haben jetzt gesagt, wir haben jetzt einen Dreier, fuck, was, wie, was soll das? Was mache ich da? Wie er macht, wie, was? Und bei dem, wenn es halt einfach passiert, ist halt eine Leichtigkeit, also da ist halt dieses, da ist der Druck ja erst gar nicht. Da haben wir uns nicht vorher gesagt, ey, wir haben heute einen Dreier und wir werden alle miteinander Sex haben, sondern passiert es einfach. Ich glaube, das war, oder das ist nochmal ein wahnsinnig großer Unterschied. Aber ich glaube auch nicht, dass das so häufig vorkommt. Dass das so aus der, ja, so, ach naja, komm, ach, das ist doch schön, oder? Wir haben es ja noch nicht mal ausgesprochen im Endeffekt. Das ist einfach, wir haben ja so, die nehmen die jetzt mit. Ja, unvorhofft kommt oft. Ja, genau. Das ist halt einfach irgendwie so passiert. Und das war halt das wahnsinnig Tolle. Und was mich noch interessieren würde, ist, warum hast du denn jetzt gerne Dreier, oder wenn du die gerne hast? Was ist da drin das Schöne für dich? Ja, das ist halt einfach was Besonderes, weil es nicht so oft passiert wie Sex zu zweit. Dann mal davon abgesehen, ich meine, wie gesagt, ich bin bisexuell, deswegen ist es auch einfach schön, zur gleichen Zeit mit einer Frau und einem Mann zu schlafen, weil ich fühle mich halt zu beiden hingezogen. Das ist jetzt für mich nicht wie vielleicht für den einen oder anderen heterosexuellen Mann quasi ein Kompromiss. So nach dem Motto, wenn noch ein anderer Mann hinzukommt, so machen wir jetzt für sie, sondern... Ich habe das immer gesagt, wir haben immer gesagt, da ist noch eine Person mehr Liebe, da ist noch ein Herz mehr, noch ein Wesen mehr, was so Liebe gibt und das war dann nochmal potenziert. Oder eine Person mehr Lust. Oder genau, in dem Fall ja auch. Es ist halt noch einer mehr, der Lust gibt. Also das ist einfach ein krasser Zugewinn noch von Sexualität. Total. Und wie ist das, wenn du jetzt mal so in die Zukunft schaust? Du hast ja bestimmt auch nochmal Lust, ein Dreier zu haben. Und du sagst, es war bis jetzt erst die eine Erfahrung und jetzt mal den ganzen Orga-Kram ausgeblendet, der eventuell ja auch schon eher im Vorhinein zu mehr Frust statt Lust führen kann. Genau, da noch eine kleine Anekdote nebenbei. Das stimmt, mir ist nämlich gerade eingefallen, ich hatte einmal auch ein Dreier mit einem Pärchen, das war damals noch in Köln. Und wir hatten irgendwie super den Terminstress. Also wir haben das irgendwie, glaube ich, über ein Dreivierteljahr oder so geplant, bis wir irgendwo mal einen gemeinsamen Termin gefunden haben. Das ist dann leider am Ende so ausgegangen, dass er ein bisschen zu aufgeregt war. Ich weiß nicht, sich ein bisschen zu sehr gefreut hatte. Zu Feuer. Ja, also nee, er ist nicht zu schnell gekommen. Es ist gar nicht mal so weit gekommen. Also er war halt im Endeffekt, hatte ich mit ihr echt viel Spaß. Und es hat ihm auch, glaube ich, alles echt gut gefallen. Aber er war halt einfach zu aufgeregt, zu viel Druck. Und er hat leider keinen hochbekommen. Also es tat mir ja doch für ihn unglaublich leid, weil er, man hat richtig gemerkt, dass er sich da dann in so einer, ja, ganz blöden Position gefühlt hat. Er hat ihn tausendmal entschuldigt und alles. Und ich meine, gut, das ist ja im Endeffekt auch nichts Schlimmes. Sowas passiert. Ja, das stelle ich mir auch kritisch vor. Deswegen würde ich auf deine Frage nochmal antworten, dass ich mir meinen nächsten Dreier so wünsche, dass er einfach passiert, dass er einfach entsteht, dass es einfach, dass pure Harmonie ist und pure Liebe, die da zusammenkommt, ohne Denken. Egal mit welcher Person, Konstellation, sondern dass wir einfach nur Lust und Liebe irgendwie miteinander verbinden. Wobei ich natürlich auch mir irgendwann mal, also das ist jetzt vielleicht nicht der Nächste, aber vorstellen kann einfach nur irgendwie, dass eine Frau von zwei Männern, also mir und noch einem anderen Mann, irgendwie beglückt wird. Um das irgendwie politisch korrekt auszudrücken. Und es muss nicht zwangsläufig deine Freundin sein, wenn du sagst, eine Frau. Nö, genau. Ich glaube, da kann ich auch nochmal, das ist, glaube ich, nochmal ein anderes Thema. Ja, da kann ich nochmal anders agieren. Genau, so würde das, glaube ich, bei mir aussehen. Wie wäre deine Wunschvorstellung für den Nächsten? Du darfst das sagen mit mir. Ich sag ganz klar, als nächstes Mal hätte ich gerne wirklich ein Dreier mit zwei Männern, einfach weil ich jetzt diese andere Konstellation einfach echt schon super oft hatte. und ich fände es super cool, das wäre so ein Sahnehäubchen, wenn die beiden Männer auch noch bisexuell oder mindestens hetero flexibel wären, weil ich würde einfach unglaublich gerne mal Männer beim Sex beobachten. Deswegen also mal davon abgesehen, dass ich Bock drauf habe, von zwei Männern verwöhnt zu werden, würde ich auch einfach gerne sehen, wie sich zwei Männer verwöhnen gegenseitig. Ich würde das fast als Aufruf nehmen. Ja, Leute da draußen. Also ich würde sagen, wir können sagen, dass obwohl nur eine Person dazukommt, also wir haben immer Sex zu zweit, das ist immer noch relativ irgendwie einfach, in Anführungszeichen, obwohl nur eine Person mehr dazukommt, sind die Konstellationen irgendwie exponentiell mit hoch 100 gefühlt. Also es gibt irgendwie alles. Alles ist möglich, alle Ideen, alle Fantasien. Ja, ich glaube, man muss es einfach auf sich zukommen lassen und einfach auch dann, wenn man es sich nicht so offen auf sich zukommen lässt, wie es bei mir vielleicht der Fall war oder bei manchen anderen, dass man dann auch viel kommuniziert einfach und sagt, hey, ich habe da einfach mal. Das ist das Wichtigste. Genau, einfach kommunizieren und auch gerade was Ängste und Unsicherheiten betrifft. Ich finde, was einem immer sehr hilft, gerade in diesem Kontext, wenn man einfach mal Bock hat, diese Fantasie umzusetzen, jeder ist unsicher, wenn es um Dreier geht. Also ich glaube, es gibt die, ja, es ist einfach so. Und von daher, weil man hat ja natürlich dann auch einen besonders krassen Erwartungsdruck auf sich lasten. So, hm, wenn jetzt was schief geht, dann sehen das direkt zwei Leute und nicht nur einer. Ja, aber die beiden Leute, die sind genauso nervös wie du. Und deswegen, ne, am Ende des Tages, wie gesagt, wie immer, wir teilen alle die gleichen Ängste, die gleichen Unsicherheiten. Und das sollte man sich gerade auch in dem Kontext noch mal ganz klar vor Augen rufen. so, ihr könnt gar nicht so viel falsch machen. Ja, wie ist das bei euch da draußen eigentlich? Wenn ihr dazu uns Geschichten erzählen wollt, noch irgendwelche interessanten Anregungen habt oder Fragen, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.ice.de und ihr könnt uns auch immer auf Instagram schreiben. Genau, und zwar findet ihr uns da auch unter ice.de und ja, wir freuen uns über eure Erfahrungen, Erlebnisse oder auch Fragen. Wünsche, Anregungen für all das, was kommt und noch kommen mag. Wir sind für alles offen. Für alles, ja. Für alles. Fast alles. Okay. Also, macht's gut, ihr Lieben. Bis dahin. Tschüss.